ich weiß gar nicht wie man das nennen kann was gerade mit mir ist ich würde nicht sagen dass ich sauer bin ich würde erst sagen dass ich angepisst bin warum ganz einfach ich durfte jetzt zum zweiten mal in fifa 21 durfte ich meine weekend league im stream durfte ich zum zweiten mal in den sand setzen das ist die dritte weekend league in der ich nicht gescheit mitmachen kann ja warum ganz einfach wegen meinem anbieter ja ich hatte euch ja in manchen streams oder in manchen kleinen team baustreams und so hatte ich euch ja erzählt gehabt dass ich so ein bisschen internetprobleme habe dass das ganze aber höhlen und tiefen hat irgendwie das ganze hat ungefähr vor eineinhalb wochen angefangen dass ich da angerufen habe einfach weil das internet hier immer schwächer geworden ist man muss dazu sagen ich bin hier nicht alleine wir sind zu dritt hier ja wir haben aber genau deshalb eine connect box mit 20 mb upload ja plus 400 mb download ja den download interessiert ist übrigens überhaupt nicht ja da ist eigentlich alles in ordnung bloß haben wir immer und immer wieder gemerkt dass unser internet immer schwächer wird warum weiß ich nicht und warum ich zeig's euch ist kein problem guckt euch das hier mal an hier guckt euch das hier an upload geschwindigkeit drei von 20 15 prozent es wäre nicht schlimm wenn das was kurzfristiges wäre ne aber das hier geht schon seit einem halb wochen so ich rufe dort an ja ich rufe dort an und frage nach hey was ist bei euch los warum kriege ich keine 100 prozent meines tarifs da kommt der erste und sagt naja da gibt es irgendwie eine technische störung wir kümmern uns drum so am nächsten tag ist das internet da alles ok am zweiten tag ist das internet wieder weg so ich rufe dort wieder an dann hat es gehiesen ist vielleicht eine technische störung eventuell muss man einen techniker vorbeischicken auch nichts so der nächste mitarbeiter hat auf jeden fall keine lösung für mich gefunden dann rufst du ein drittes mal dort an dann rufst du ein drittes mal dort an und sagst naja was ist denn los warum läuft es denn nicht so warum läuft es denn nicht so da kriegst du erst mal keine antwort so und dann moment wo habe ich es heißt dann ja wir kümmern uns drum und wir versuchen da irgendwie eine lösung zu finden so das war jetzt stand gestern ja ich habe gestern noch mal da angerufen und dann kriegst du erst mal um 20 48 eine mail liebe kunde wir haben ihr anliegen aufgenommen und melden uns schnellstmöglich bei ihnen ja vielen dank für ihre geduld da meldet sich erst mal keiner so es hat sich bei mir telefonisch niemand gemeldet das ist mal das erste nächste nachricht 14 uhr 17 heute ja lieber kunde die störungsbehebung dauert leider länger als erwartet sobald uns neuigkeiten voll liegen in will informieren wir sie umgehend vielen dank für ihr verständnis ihr vodafone team klasse klasse und dann eine stunde später 15 uhr 19 kriegst du eine nachricht lieber vodafone kunde der corona virus hält uns alle in atem durch den starken anstieg der heimarbeit ist auch die last in unserem netz stark gestiegen dies kann zur beeinträchtigung ihrer internet geschwindigkeit führen wir arbeiten an einer lösung und bitten um ihr verständnis ihr vodafone team wollt ihr mich verarschen mal ganz ehrlich warum kann man sowas nicht eine woche vorher schon sagen warum nicht das ist mal punkt eins punkt zwei ist wir haben das corona virus ja nicht erst seit gestern ne und der lockdown ist ja auch nicht der erste ne also ich kann mir nicht vorstellen dass es jetzt komischerweise mehr geworden ist als beim ersten lockdown das kann ich mir nicht vorstellen tut mir echt leid aber das ist das kann nicht wahr sein es ist wirklich unter aller sau es ist wirklich unter aller sau und ich habe jetzt mit ein paar leuten auch gerade im stream gesprochen den habe ich ja wie gesagt in den sand setzen müssen vielen dank auf jeden fall dafür und da wären wir auch schon beim fifa teil weil was bedeutet das nämlich für fifa warum habe ich denn meinen stream in sand setzen müssen es ist ganz einfach liebe damen und herren wir sind gerade in foot champions drin ich drücke mal scherzhalber auf start so guckt euch den ping da oben an ihr müsst dazu ihr müsst ihr müsst dazu bedenken ich streame gerade nicht ja wir befinden uns jetzt bei 32 26 34 42 bei 42 millisekunden wir waren vorhin im stream guck guck abkur seht ihr das guck mal seht ihr das das kann nicht sein das ist ein absoluter witz und dann kommen wir zum nächsten hammer und da muss ich tatsächlich gestehen da das immer bei dem thema da werde ich echt richtig sauer da muss ich echt sagen da werde ich richtig 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 sauer ich spiele in division rivals ich spiele in division rivals auf division 2 division 1 ja ich habe ein skillwert von 7 von 1700 beziehungsweise 1800 was ist jetzt aktuell 1830 1830 ich spiele jedes karriere video auf legende auf legende im wettkämpfer modus komplett und dann muss ich mir ich habe die spiele dann durchgezogen muss ich dann fairerweise gestehen ich habe versucht mit einem 200er ping dann irgendwie zu versuchen zu spielen und dann muss ich mir dumme kommentare im chat durchlesen wie scheiße ich doch spiele das kann nicht sein sorry sorry aber wie blöd muss man eigentlich sein ich habe den ping fünf minuten lang im stream gezeigt und dann muss ich mir solche scheiß kommentare durchlesen also jeder der irgendwie nur ein bisschen augen im kopf hat sieht es was bedeutet das jetzt für mich das bedeutet jetzt für mich natürlich dass durch das corona virus vodafone natürlich mir keine kapazität liefert ich habe keine gescheite internet leitung das heißt ich kann die live streams fürs nächste erst mal vergessen höchstens wir machen irgendwelche team bauen mit sport battle streams so das können wir auf jeden fall machen aber ansonsten nichts es kotzt mich einfach nur an was dieser scheiß anbieter bei mir verursacht ich versuche seit zweieinhalb wochen gescheit fifa 21 zu spielen und der scheiß an der sache ist ich bin ja top dabei so ich habe ich habe mannschaftswert von 900.000 meine elf ist 900.000 coins wert ich bin ja super dabei aber durch diese scheiß verbindung kriege ich es nicht geschissen weiterzumachen das ist mein problem und mir sind wirklich die hände gebunden ich kann nichts machen ich kann wirklich absolut nichts machen außer da sitzen und einfach drauf warten ach so das ist ja das andere an der ganzen geschichte ich könnte ja theoretisch jetzt ich könnte theoretisch jetzt warten bis die ganzen leute die irgendwie mal arbeiten ja meinen tag frei haben weil logischerweise dadurch dass sie natürlich alle home office machen und so weiter das heißt natürlich ich könnte weekend league und so weiter machen irgendwann sonntagnacht um zwei uhr oder irgendwie so ha 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 geile sache geile idee gerade für menschen die arbeiten geile idee wie gesagt was mache ich jetzt schreibt es mir ich bin gespannt in diesem sinne vielleicht kriegt ihr morgen das abrücken folge schauen wir mal ansonsten ja das war die weekend league das war meine zweite weekend league die nicht geklappt hat super bis dann auf wiedersehen tschüssi